was geht ab leute heute spielen wir am fordnein mobile und joa also wir sehen uns gleich in der lobby ähm äh nicht lobby im battle bus äh ja bis gleich so äh wir starten jetzt auch wir sind in loot lake und joa da ist einer ja da ist einer gehen wir mal dahinten ah ist leck doch gott hat jetzt nicht mehr und mp geht ganz klar da oben ist auch schon der erste aha digger leck hallo standbild jetzt ja mein muskos kill nummer 1 ja ihr seht auch rechts links unten ein kill counter ich hoffe wir holen noch ein paar win-kills aber ich denke jetzt wird es keine 10 da ist der nächste ja haben wir haben wir so da liegt auch noch eine pistole steinschuss nein bitte oh man Leute haut rein bis zum nächsten mal und ciao